Ok, du-du-du-dum, du-du-du-dum, da oben steh'n, Weedkiller, da oben steh'n schon. Da ham' wir's doch. Sehr schön. Damit ham' wir alle Zutaten. Nun ist es an der Zeit, Chloe zu zeigen, dass Max is the bomb. Find' ich gut. Kate's Locker. Dein Spind wirkt so alleine, hat sie gerade gesagt. Ja, willkommen zur Let's Play Live-Show, alle neun Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Folge 132, Let's Play Live-Show schon über einem Jahr. Wann hat er dat denn gebaut? Wenn du die Kandell lightest, dann ist das so cool. Okay. Boom. Das war überhaupt nicht laut. Das war überhaupt nicht laut. Shit. Das war doch klar. Ja, was sollen wir tun? Wir sollen raus hier, weg hier. Erstmal hier reingucken, ob hier noch was ist. Gibt's hier irgendwas? Und sie steht einfach nur... Äh... Rewind and find something? Mal kurz umsehen. Haben wir denn hier irgendwo... ...einen Schalter, um das irgendwie abzuschalten oder so? Was soll ich denn finden, wenn der Alarm angeht? Hallo? Probieren wir es nochmal aus. Ja, kennen wir ja schon. Was soll ich denn... Hallo? Was soll ich denn... Was soll ich denn machen? Na toll. Was soll ich denn bitte machen? Wo soll ich denn wissen, was ich machen soll? Ja. 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 Ich hab keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. In den Raum gehen und zurückspulen? Äh... Okay. Oder so. Hallo RW2209WE. Schön, dass du da bist. Willkommen zu meinem Domain. Du bist magisch. Ich hab keine Ahnung, wie du da bist, aber du hast es gemacht, Schöster. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Jetzt, wir finden was wir wollen und es schütteln. Meine Macht nur so weit. Ich kann sehen, warum der Prinzip lockt diesen Raum ab. Fancy Thor-Krapp. Du musst alle wissen, dass er Geld hat. Aber keine Ahnung. Mäu. 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 Okay, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas über Kate oder Chloe jetzt rausbekommen. Hallo? Und in the wrong place. Und in the wrong place. Und in the right place. Und in the right place. Und in the right place. Ähm, da stand auch alles über das Video drin, also, dass halt sie nicht sehr erfreut darüber war. Und damit auch nicht fertig wurde. Look at this pile. Tumbleweeds. Weird. This asshole has a spotless record. Okay. Hey und hallo. Schnogi, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Chloe, Elisabeth Prinz. Chloe, das ist ein bisschen Homework. Okay. Okay. Fand ich richtig geil. Fand ich richtig geil, Schnogi. Richtig cool. Bin ein Riesenfan vom Spiel. Schnell. Okay. Gut. Okay. Rachel in the darkroom. Rachel in the darkroom. Over and over. Okay. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they've formed some sort of weird team, the super hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello. What have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. You really want to take money from the handicapped fund? Okay, we need to take money from the handicapped fund? I know you could take Frank back, but... I've got my power to take the bank. There's a lot of power in that horse choking lot of cash. But yes, moral max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. We know that money would have helped Chloe and me. Okay, von mir aus, meine Güte. Let's spring mal nochmal zurück. Nein, ich will nochmal zurück. So, also. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid. Right? You are super max. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on Tats, Beer, Weed and Donuts and books from Powell's and strip clubs. Kidding. But you never know. I feel like that's not the right decision. I feel like that's not the right decision. Yeah. Man feels like that's not the right decision. But if you haven't taken it, then... Ah, I don't know. That's not the right decision. Also, I've said, as I said, by the Kate, by the Kate decision, yeah, böse get caught. Aber, äh, ganz ehrlich, diese Entscheidung hat aber die Atmosphäre mehr gepusht. Ich weiß, ist zwar nicht, äh, scheiß... Situats... was? Situations gewesen, aber... Scheiß Situation gewesen, aber, ja. Swimming? Willst du das Risiko jetzt nehmen? Es war eine Kray-Week. Wir verdienen ein bisschen mindless Spaß im Wasser. We're done for the night anyway, we're rich, and nobody bust at us. So? Splish Splash? You're right. We, Hela, deserve it. Splish Splash. Did you actually just say, Hela? I think I'm a good bad influence on you. Aber die haben gar keine Badeklamotten. Hallo? Hallo? Okay, was haben wir hier? Go, Otters! Wie lange streamst du noch? Hm, heute geht auf jeden Fall auch bis, bis Open End. Also, heute kannst du dich, was machen wir jetzt heute auf jeden Fall? Also, generell Let's Play Live schon immer von 20 Uhr bis 22 Uhr und von 22 Uhr bis 0 Uhr. Also, von 20 bis 22 Uhr kommt dann immer ein normales Spiel, kein Horrortitel. Und ab 22 Uhr bis 0 Uhr dann eigentlich immer so Horrortitel und sowas. Oder auch andere Spielchen. Deswegen, wie gesagt, wir werden bis 22 Uhr circa, werden wir, ähm, Life is Strange spielen. Und morgen dann weiterspielen, weil Freitag und Samstags gibt's immer Let's Play Live Show. Äh, Freitag, Samstags immer 20 Uhr. Und, ähm, ja, schon über ein Jahr Folge 132 heute schon. Ähm, genau. Und dann ab 22 Uhr geht's dann weiter mit, äh, The Last of Us. Müssen wir weiterspielen, das Stream-Projekt. Und dann mal schauen, ob wir noch was anderes spielen. Ob wir vielleicht sogar Last of Us durchspielen heute. Müssen wir mal gucken. Äh, jetzt gibt's ne Pause. Wir haben ja schon kurz vor 9 oder gleich, oder 9 Uhr schon. Und, äh, jede Stunde gibt's eine Pause. Wisst ihr ja, Pipipupu-Pause, Tränkul-Pause, Schipsel-Pause. Wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und, äh, ja, dann geht's spannend weiter hier bei Life is Strange bei der dritten Episode. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann gleich noch dabei seid. Also, bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Gefällt mir. Dafür gibt's ein Follower. Vielen, vielen Dank, Schnoggi. Prost zusammen. Ja, hi, Heartbreaker. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, Pipipupu-Pause war gewesen. Ich hoffe, ihr wart alle. Bisschen, es dämmert auch schon ein bisschen bei mir. So. Wo gehen wir? Frauen oder Männerraum? Wo gehen wir uns umziehen? Hm. Ich würde ja sagen, man den Frauen, aber... Hm. Was würdet ihr nehmen? Okay, warten wir noch ein bisschen ab jetzt hier, äh, die Verzögerung. Und mal schauen, was ihr schreibt. Bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt gleich weitergeht, so hier bei Life is Strange. Im Übrigen dürft ihr euch freuen. Nächstes Wochenende geht's los. Nächstes Wochenende spielen wir weiter. Aber The Evil Within, das allerletzte DLC, da freu ich mich wie ein Schnitzel drauf. Das wird so cool. Wird auch auf YouTube landen, genau wie diese Folge hier wieder. Die erste von Episode 3. Hab keine Ahnung, worum es geht. Äh, wir gehen jetzt schwimmen. Und wo sollen wir uns umziehen zum Schwimmen? Bei den, äh, Männern im Raum oder bei den Frauen? Und, äh, ja, nachher wieder spielen wir Last of Us weiter. Und, ähm, genau. Wir müssen auch noch Resident Evil auch noch spielen. Mein Gott, so viele Projekte. Und Borderlands müssen wir auch noch mal weiterspielen. So, ähm, ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach den, ich glaub, wir nehmen einfach den Frauenraum, oder? Weil sonst, äh, kommen wir ja gar nicht weiter hier. So. Was? Ach, zurücksprung kann ich nicht. Okay. Hm. Doch, kann ich wohl. Hm. Hm, Boys würde ich wählen. Weil Frauen so offensichtlich. Ja, dann immer Boys. Boys, of course. Boys, of course. Figuren. Perv. Lass mich checken, um zu sehen, ob der Pool ist heiß. Okay. Es ist ein bisschen... Ui. Was steht da? Changing Instructions? Chai- Changing Instructions? Da ist eine Badehose drauf gemalt. Finde ich super. Pool Rules. Okay, es gibt Pool-Regeln, die man aber nicht lesen kann. Die wohnen durchgestrichen. Da ist eine Jacke. Ich glaube, jemand hat sich vergessen, dass ihr Blackwell-Spirit erinnert. Was ist das für ein Locker? Logans Locker? Ich glaube, ich sollte das für eine Evolution betrachten. Warum geht's denn in dem Spiel eigentlich? Ist es geil? Äh, Heartbreaker, kennst du den Film Butterfly-Effekt? Ich weiß nicht, ob du den Film Butterfly-Effekt gesehen hast. Oder generell geht's eigentlich um den... Ja, so ein bisschen um die... Um die Chaos-Theorie. So... Ja, um Zeitreisen. Und... Ja, ist es geil. Es ist richtig cool. Und, ähm... Zack ist wirklich schuldig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier bin. Alles, was du tust in dem Spiel, hat Konsequenzen in dem... In, äh... Dem weiteren Verlauf des Spiels. Hey! Ich denke schlechte Dinge über dich. Cool. Was wäre das denn? Ich habe eine Crystal nackt am Telefon. Äh, hi. Was ist da? Du wirst wirst? Du wirst in der Locker-Roll. Ich habe gerade gesehen. Und mein Fußball. Ja. So in der Art ist das Spiel. Also du kannst auch zurückdrehen die Zeit. Dann wieder... Entscheidungen abändern. Aber warum? Also... Entscheidungen, die du getroffen hast, dann wieder abändern. Dann wieder eine andere Entscheidung treffen. Aber alles, was du tust, halt wie gesagt, hat Konsequenzen. Es ist okay für Nathan, die Drogen auf diese Drogen. Okay. Nathan nimmt also Drogen. Keiner macht den Drogen. Ja, das brauchen wir nicht. So, wo ist denn jetzt Chloe hingelaufen? Graffiti. No, Rorans. It's all bad. Ja, was hast du gerade an? Ja, ja. Was? Victoria loves a... Was? Oh. No, Victoria loves something besides herself. Okay. Feminazi. Max is a Feminazi. Okay. Willkommen zu 1950. Ich bete, du hast es. G.R.A.M.P, okay. Fresh and Fango, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass auch wieder da bist. Diese ist fast leer. Die Leute müssen ihren pinken Gou. So, Mirror, können wir den Mirror benutzen? Ja, natürlich können wir benutzen. Max Caulfield, Moral Avenger. Moral Avenger. So, hier haben wir die Duschen. Was haben wir da? 69 Reasons to bang, Rachel? Was? Okay. Wow. Cool. No running, no diving. Haust du was in der LPLS-Gruppe? Dann kommen sicher mehr. Äh, jetzt hab ich gar nicht... Hello, so waiting for the light. Ach so, hit the light, ja, jetzt hab ich gar nicht... So hit the light, yeah, hit the light. Ah. Da ist das Kontrollpanel. So hit the lights. Hit the lights. Ui. Ui. Das ging aber schnell mit dem Umziehen. Okay. Kaffee. 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 Good combo. Ja. Yes, we get it. Otters. Ja, ich hab's heute mal... Bist du wohl kein RPG-Fan? Was? Wie RPG-Fan? Wieso kein RPG-Fan? Wieso? Warum? Weshalb? Tschuldigung. Warum nur sieben Zuschauer? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm. Ich weiß nicht, woran's liegt. Ne? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für die Leute, die nicht da sind, die vielleicht heute was vorhatten oder vorhaben, die können das Ganze ja nochmal auf YouTube verfolgen. Ähm. Time to do or dive, Max. Okay. Soll ich jetzt einfach reinspringen? Juhu. Achso, Witcher 3. Ne, Witcher 3. Ich, ähm... Verneige mich natürlich vor... Ich verneige mich natürlich vor einem, äh... vor diesem riesen geilen Spiel. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Ich behaupte ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber... Aber ich mag einfach, ähm... dieses, äh... altertümliche Rittertum. Äh... Das mag ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Das hat mit RPG... Ich mag RPGs, aber kein halt... Wie gesagt, äh... Aber halt kein, ähm... Ritter-Szenario und sowas. Das mag ich halt nicht und so. Na? Das ist nicht meine Welt. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht.